Hallo und herzlich willkommen meine lieben Freunde zu Let's Play Minecraft Staffel 6 Folge 357 und in dieser Folge bauen wir wie ihr habt weiter hier am lieben Rat und der liebe Rat wird jetzt erstmal auf allen drei hochgezogen ab letzte Folge erklärt wie das hier zum Teil schon aufgebaut ist weiteres erfahrt ihr dann im weiteren Spielverlauf zum Beispiel dass es hier zwischen dem und dem ich kann mal kurz ranzoomen dem und dem geht dann hier eine Treppe nach unten dann dahinter und hier kommt dann das große Gericht ran also das Gericht und was dann passiert das es seht ihr ja nach den ganzen Folgen hier nach ganz vielen Folgen wenn ich das Gebäude eben fertiggestellt habe und ich habe eigentlich keine Lust das aufs Kind fertig zu stellen weil ich das gern mit euch zusammen machen möchte so da als hier zwei Treppen nach oben gehen kann ich schon mal davon ausgehen dass wir dann auf dieser Stufe sind und dann auf diese dann auf diese und dann auf diese deswegen so kommen wir erstmal hier so einen Balken rein da kann da auch niemand zwischenlatschen das ist eine gute Idee zack 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 so ziehen wir das erstmal hier rum ich stelle mich mal innen rein ist vielleicht ein bisschen praktischer nicht dass hier rein laufen ich habe nämlich so ein vages Vermutnis aber ein vages Vermutnis alles klar eine vage Vermutung dass hier schon jemand drin ist aber jetzt kann er erstmal nicht mehr so schnell rein oder der Gerber sucht Zuflucht was denn du hier da müssen wir mal gucken wo ist die Raumplanung wie die gestaltet ist so das Gebäude kann man ja später immer noch raus nehmen hier hinten kommt dann einzelne Zellen hin habe ich mir dann so gedacht das sind zwei Stück an der Zahl und das kleine ist ein kleiner Abstellraum das ist ein Abstellraum dann gibt es hier ein etwas größeres Zimmer was aber in der Mitte eine Wand hat nicht ganz in der Mitte das mache ich mal nur so provisorisch wird kein Balken hoch gezogen weil ich habe hier eigentlich keine eingezeichnet ist keiner eingezeichnet auf meiner Zeichnung dann lassen wir das auch so hier ist auf jeden Fall eine Wand und hier auch und nicht dass wir uns gleich selber einbauen hier ist die Wand hier und hier auch so viel haben wir gar nicht mehr hier äh unser letzter bis jetzt erstmal dann muss man erstmal hier das restliche Fichtenholz noch aus dem Lager holen und dann müssen wir mal fällen gehen fällen kennt ihr gar nicht wisst ihr gar nicht was das ist ne fällen so das haben wir schon mal so das ist der Eingangsbereich wie war das hier hier ging eine Wand durch ja auch ja auch so da stehen wir da vor kommt dann hier was vor hier und hier korrekt und da hat man hier nämlich diesen Einstieg und da können wir nämlich ich habe mich jetzt total eingebaut oder ja total können wir nämlich den Balken hier wieder wegreißen weil der hat hier keine Zukunft weil das ist an sich schon Gerichtssaal hier ja da kommt noch raus den haben wir nicht eingebaut aber so schaut es jetzt erstmal aus natürlich mit diesem kleinen Fauxpas hier hier und ja hier ist ja zum Glück eine Grußtruhe hier hinten die können wir ja nehmen und unser Zeug hier reinpacken das hier so wir haben bestimmt die nächste Zukunft wir brauchen und die Schneebälle brauchen wir jetzt auch mal nicht aber das Eichenholz kann man gut gebrauchen poppala den wir jetzt den da einfach mal machen ja man kann das auch zu Platten machen Platten ich mache jetzt mal nicht so viele Platten ich brauche dann aber später nochmal Stein ich setze es erstmal hier an der Seite vorübergehend eine kleine Treppe weil die Treppe ja später noch kommt so hier ist der Eingangsbereich müssen wir auch ein bisschen gestalten später und was mir gerade einfällt die Treppe nach oben gibt es ja noch gar nicht warte mal das ist eigentlich der perfekte Ort hier so ist die Nische da kann man eine Treppe nach oben setzen das wird dann später gemacht genau ich bin ja auch schlau ich bin schlau Hilfe nicht mein Ernst das ist doch idiotisch was ich gerade gemacht habe oder das war gerade wirklich sehr idiotisch so so hier kommt dann der ran warte mal wieviel von beiden zwei hier kommt dann Treppen ran treppen 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 das ist so es ist wieviel da ist harte geht denn hier ist ist Fluchttunnel Achso das ist Stein hier Das nicht mehr Das ist wieder Stein Fluchttunnel ist auch ein Fluchttunnel für mich Weil da kann ich den hier wieder weg machen Zack Können gleich mal hier rein Noch hat er nicht angenommen Aber bald Können wir aber auch ein paar Fackeln hier unten drunter setzen Weil das wird Ziemlich schnell dunkel hier unten drunter So Hier können wir auch ein anderes Holz reinsetzen Und hier auch Genau Zack Bis zum nächsten Mal 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 Vielen Dank.